Citizen Journalism ist ein großes Wort für mich. Das wird sich sowohl in der Politik als auch im Journalismus durchsetzen, dass selbstbewusste Menschen auf Augenhöhe. Die meisten, die ich kenne in der Wirtschaft beispielsweise, die sind nicht dümmer als der Wirtschaftsminister. Im Bildungsbereich, Verena Pauster ist nicht Bildungsministerin, aber die ist auf gar keinen Fall dümmer als jemand, der das losgezogen hat bei Koalitionsgesprächen, du machst jetzt Bildung. Dasselbe wird im Journalismus auch passieren. Der Host eines Podcasts ist doch deswegen nicht schlauer. Untertitelung des ZDF, 2020